... ... ich wollte dann auch noch mal, wenn du mobilisiert hast, den Oberkörper... Ja, das muss ich mir gleich mal aufschreiben, ehrlich gesagt. Jetzt frage ich mich immer um, was ich gemacht habe. Du hast dich echt verbessert. Was hast du denn gemacht? Nix gespielt. Viel gespielt? Ja, eigentlich schon. Zweimal die Woche, dreimal die Woche habe ich gespielt. Du stehst jetzt so. Ich lende es durch hier. Jetzt mit dem Hintern raus. Und dein Oberkörper bleibt die ganze Zeit in diesem Tunnel. Was mich jetzt natürlich interessiert, wer hat dir denn so effektiv... den Fußballer mal gemacht? Alle. Die können das alle. Ja, alle. Das ist wirklich der beste Schlag eigentlich, den ich habe. Den mit dem Fußballer. Den habe ich auch gelernt von unserer gesamten Mannschaft. Den haben die alle drauf. Ja. Das ist hier drauf. Also technisch hast du dich wirklich sehr ordentlich. Du musst dann mal einiges verbessern. Was hat einen riesen Spaß gemacht? Dafür ist mein Aufstart unberechenbar. Weil ich selber nicht weiß... Du hast mir heute zwei Ass reingehauen. Darf man dich vergessen. Die waren fies. Das werde ich behalten, den Rest habe ich schon vergessen. Ja. Verdrängene. Ein Spiel. Wir freuen uns auf jeden Fall den Abend auf deiner Show. Wir werden zahlreich da bleiben und rumpöbeln, wie sich das gehört. Ja, das kenne ich ja nicht. Danke. Vielen Dank.